Heute fahren wir weiter nach Konstanz und wenn du gerne mal Konstanz sehen möchtest, wenn du das Münster in Konstanz sehen möchtest und so weiter, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro geht es los. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf der Suche nach dem Glück. Heute suchen wir unser Glück in Konstanz. Mein Name ist Sush Vincenz, ich habe die beste Frau der Welt mit und natürlich die zwei Hunde. Ja und wenn du gerne Reisevideos schaust, gerne Hoteltests schaust, dann lass jetzt unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, lass ein Like da und wir sehen uns natürlich auch dann im nächsten Video wieder. Aber heute fahren wir jetzt erstmal nach Konstanz, kommt mit! Heute sind wir in Konstanz, eine Stadt mit ca. 87.000 Einwohnern und wenn ihr ein bisschen mehr von Konstanz sehen möchtet, dann kommt mit! Wir werden auf jeden Fall das Münster besuchen. Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee und auch gleichzeitig die Reichsstadt des Landkreises Konstanz. Die vormalig freie und auch zugleich Reichsstadt gehört zur Bundesrepublik Deutschland und liegt an der Grenze zu der Schweiz. Seit dem 1. April 1956 ist Konstanz eine große Kreisstadt und bildet ein Oberzentrum innerhalb der Region Hochrhein-Bodensee im Regierungsbezirk Freiburg des Landes Baden-Württemberg. Die Stadt hat eine Einwohnerzahl von ca. 84.000. Die Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen ist mit Konstanz zusammengewachsen, sodass die Staatsgrenze mitten zwischen einzelnen Häusern und Straßen hindurch, aber auch zum Tengamoos hin entlang des Grenzbaches bzw. Saubaches verläuft. Auf der linken Rheinseite liegen die Altstadt und der Stadtteil Paradise oder auch Paradies genannt. Die neueren Stadtteile hingegen befinden sich auf der rechten nördlichen Rheinseite. Auf der Halbinsel Bodernrück zwischen dem Untersee und dem Üblinger See. Die Konstanzer Altstadt und die wesentlich anschließenden Stadtteile sind die einzigen Gebiete Deutschlands, die südlich des Seerrheins auf der Schweizer Seite liegen. Dieses Gebiet ist auch neben der Kollerinsel bei Brühl eines der beiden linksrheinischen Landesgebiete Baden-Württembergs. Der Stadtteil Altstadt geht nach der Einteilung durch die Stadtverwaltung weit über die historische Altstadt innerhalb der früheren Stadtmauern hinaus und umfasst einen großen Teil dessen, was von den Konstanzern zum Paradies gezählt wird. Der Stadtteil Altstadt hat deshalb wesentlich mehr Fläche und Einwohner als der ebenfalls linksrheinische Stadtteil Paradies. Durch Aufschüttungen im Flachwassergebiet des Bodensees hat Konstanz immer wieder Land hinzugewonnen. Beispiele sind die Marktstädte und der ehemalige Fischmarkt im 13. und 14. Jahrhundert. Die Altstadt von Konstanz ist besser erhalten als die in vielen anderen Städten Deutschlands. Unter anderem, weil sie weder im Dreißigjährigen Krieg noch im Zweiten Weltkrieg nennenswert beschädigt wurde. Die Zahl der erhaltenen Bauten aus dem Mittelalter, als die Stadt ihre Blüte erlebt hatte, ist daher sehr groß. Die Niederburg innerhalb der Altstadt ist der älteste Teilung. Das Gebiet erstreckt sich zwischen Münster, Konzilstraße, Seerein und Unterer Laube, dem einstigen Stadtgraben. Hier siedelten sich die Domherrenhöfe in Nähe des Münsters an. In Niederburg ist Heimarkt der Narrengesellschaft Niederburg. Heute sind in den verwinkelten Gassen Weinstuben, Buchbinderei, Kunstglaser, weitere Handwerker, sowie Behörden der Dominikanerklosters, Zofflingen, das Landgericht, das Notariat, das Theater, Konstanz und die Spitalkellerei Konstanz angesiedelt. Die Vorstadt Stadelhofen innerhalb der Altstadt wird durch die Bodernstraße, die Schweizer Grenze, das Bahnhofsgelände und den Döbelplatz begrenzt. An der Schwedenschanze wurden die Schweden im Dreißigjährigen Krieg an der Eroberung von Konstanz gehindert. Mit dem Anschluss Wartens an den deutschen Zollverein wurde Stadelhofen überwiegend oder vorüberwiegend zum Zollausschlussgebiet. Ja. Georg Elzer, dessen Attentat auf Adolf Hitler mislang, wurde bei seiner Flucht an der Schwedenschanze verhaftet. Eine Büste erinnert an ihn. Das Einkaufszentrum Largo mit überregionalem Einzugsgebiet auch weit in die Schweiz hinein wurde an der Bodernstraße errichtet. Bereits Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus siedelten Kelten, vermutlich vom Stamm der Helvertier, im Bereich der heutigen Niederburg. Unter Kaiser Augustus wurde das Gebiet um den Bodensee kurz vor der Zeitenwende für das Romische Reich erobert und gehörte fortan zur Provinz Raetia. Und direkt hier vor uns seht ihr die Imperia vor dem Konsil. Vermutlich um 585 zog der Bischof Maximus aus dem in der Völkerwanderungszeit etwas unruhigen Findonesia in das geschützte liegende Konstanz um und wurde zum Stadtherren. Wohl um diese Zeit wurde teils auf dem Fundamenten der spätantiken Festung ein erster Vorgängerbau des heutigen Münsters errichtet. Konstanz lag am Weg vom mittelalterlichen Deutschland über die Bünder Alpenpässe nach Italien, sodass es von immer mehr aufblühenden Fernhandel im Mittelalter profitierte. In der Folge wurde die Stadt mehrfach in Richtung Süden erweitert und auch der Hafen wurde mehrmals verlegt. Konstanz lag im Zentrum des Leinenhandels. Die zunehmend autonomen Bürger der Stadt erkämpften sich 1192 und 1213 eine eigenständige, vom bisherigen Stadtherrn dem Bischof unabhängige Position und erhielten, zumindest so die Meinung einer Historiker oder einiger Historiker, schließlich den Status einer freien Stadt bzw. auch einer Reichsstadt. Eine Reichsstadt definiert sich über die Reichsunmittelbarkeit. Das heißt konkret, dass sie keine Steuern an den jeweiligen Landesherrn, sondern alle Steuern direkt an den Kaiser, also an das Reich, zu zahlen hatten. Da die Stadt Konstanz ihre Steuern nachweislich zur Hälfte an den Kaisern und zur Hälfte an den Bischof zahlte, lässt sich möglicherweise nicht dem reinen Typus einer freien Stadt bzw. Reichsstadt zuordnen. Am 24. Mai 1312 schlossen sich dann die vier Städte Zürich, Konstanz, Schaffhausen und St. Gallen zu einem Städtebund zusammen. Auf der Höhepunkt ihrer wirtschaftlichen und politischen Macht errichtete die Stadt am Hafen im Jahr 1388 ein Kaufhaus als Warenlager und als Umschlagszentrum des heutigen Konzilgebäudes. Durch die Erschließung des Gotthardpasses verlagerten sich die Handelsströme in der Folgezeit zunehmend auf die Route über Zürich-Basel, sodass die Entwicklung der Stadt im Spätmittelalter stagnierte. Daher blieb die gotische Bausubstanz der Stadt von späterer Umgestaltung weitgehend verschont. Wichtigstes Handels- und Exportgut war natürlich rohe, gebleichte Leinwand, welche weiterhin bekannt war unter dem Namen Konstanzer Leinwand. Von 1414 bis 1418 fand das Konzil von Konstanz statt. Das Konzilsgebäude, in dem lediglich das Klonklave des Papstwald stattfand, steht heute noch am Bodenseeufer, gleich neben dem Konstanzer Hafen und Bahnhof. Der eigentliche Sitzungssaal war der Bischofsdom, das heutige Münster. Die Wahl von Martin V. am 11. November 1417 war die einzigste Papstwahl nördlich der Alpen. Gleichzeitig wurde hier das abendländische Schisma von 1378 durch die Absetzung der Gegenpäpste beendet und der tschechische Reformator Jan Hus hingerichtet. Rom wurde als Sitz des Papstes bestätigt und festgelegt. Auf dem Obermarkt erhielt 1417 der Burggraf von Nürnberg durch König Sigismund die Mark Brandenburg als Lein. Konstanz hätte sich im 15. Jahrhundert gerne der Eidgenossenschaft angeschlossen, was aber die Landorte der heutigen Schweiz nicht zuließen, weil sie ein Übergewicht der Städte befürchteten. Wäre Konstanz damals eine eidgenössige Stadt geworden, so wäre sie wohl wahrscheinlich heute anstelle von Frauenfeld Hauptstadt des Thurgaus, ihres natürlichen südlichen Hinterlandes. Kuriose Folge davon ist die einmalige Tatsache, dass die Konstanzer Gemarkung Tägermos auf schweizerischem Territorium liegt, was zuletzt im Jahr 1831 vertraglich festgelegt wurde. In der Folge schloss sich Konstanz schweren Herzens dem Schwäbischen Bund an. Die Stadt gehörte 1529 zu den Vertretern der protestantischen Minderheit, am Reichstag zu Speyer. Ihre Bürgerschaft fordert die ungehinderte Ausbreitung des evangelischen Glaubens. Im Jahr 1527 wurde Konstanz dann unter Ambrus Blara und Johannes Zwick reformiert und trat in der Folge dem schmalkastischen Bund bei. Die Bischöfe von Konstanz siedelten nach Meersburg in die Burg Meersburg um. 1546 begann dann ein Krieg mit Kaiser Karl V. gegen die Protestanten, den er 1547, also nur ein Jahr später, gewann. Die Niederlage der Protestanten im schmalkastischen Krieg wollte Konstanz für sich nicht gelten lassen, sondern verhandelte bis 1548 um seine Reichsfreiheit und die Religionsfreiheit. Am 6. August 1548 verhängte der Kaiser per Urkunde, die in Augsburg bedruckt und ausgestellt wurde, Konstanz per Reichsacht zur rechtlosen Stadt. Spanische Truppen versuchten Konstanz einzunehmen, kamen aber nur bis Petershausen. Die Konstanzer Bürger wehrten am 6. August 1848 spanische Truppen vom Kaiser Karl V. vor dem Rheintor erfolgreich ab. So, und direkt vor uns das Münster von Konstanz. Konstanz, ja, ein wirklich imposantes Gebäude. Mächtig mächtig, wie ihr sehen könnt. Soweit ich mich erinnern kann, ist es aus dem 9. Jahrhundert, wenn ich falsch liegen sollte, schreibe ich es durch jetzt. Nach der Belagerung durch die Österreicher einige Wochen später kapitulierte Konstanz am 13. September 1548 und fiel dadurch an Österreich. Es verlor, natürlich, dadurch den Status als freie Stadt. Im Jahre 1439 starben mehr als 4000 Menschen in Konstanz an der Pest. Die Pest-Epidemien des 16. Jahrhunderts im Bodensee-Raum erfassten natürlich auch Konstanz. In den Jahren 1518, 1519, 1529, 1541, 1442, Margarete Plara pflegte im Spital auf der Dominikaner Insel die Pestkranken und starb 1541 dadurch, oder wahrscheinlich dadurch, selber an der Pest. In den Jahren 1611, 1612 starb ein Drittel der Konstanzer Bevölkerung an der Pest. Die österreichische Zeit begann, wie bereits erwähnt, 1548 und ging bis 1806, Als nach der Entdeckung Amerikas der transalpine Handel, dem die Stadt ihre Reichtum verdankte, langsam an Bedeutung verlor, da sich die internationalen Handelsrouten verschoben, betraf dies natürlich auch Konstanz. Konstanz wurde nach der Kapitulation 1548 durch Schenkung des Kaisers Karl V. an seinen Bruder Ferdinand in das Habsburger Vorderosterreich eingegliedert und im Zuge der Gegenreformation rekatholisiert. Es verlor seine Bedeutung und wurde eine vorösterreichische Landstadt. Die Fürstbischöfe behielten jedoch Meersburg als Resistenzstadt bei. Konstanz gehörte bis 1806 zu Förderösterreich. Die Stadt bediente den Habsburgern als Bollwerk, wegen einer weiteren Expedition der Eidgenössenschaft nach Norden. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Konstanz von den Schweden 1633 belagert, aber die Kernstadt wurde nicht eingenommen. Zum Gedenken an den steckengebliebenen Vormarsch der Schweden ist neben der Brücke von Festland zur Mainau das Schwedenkreuz auf ein schwedisches Kanonenrohr montiert. Im Bodensee zu besichtigen, während des gesamten Krieges war Konstanz eine der wichtigsten Festungen am Bodensee. Im Jahre 1806 wurde Konstanz dem neu gegründeten Großherzettum bei Baden einverleibt und die Hauptstadt des Seekreises. Und somit gehörte Konstanz wieder zu Baden. Im österreichisch-französischen Krieg wurde Konstanz im Mai 1809 im Zuge der Kämpfe der Vorarlberger gegen die mit den Franzosen verbündeten Bayern vom See her belagert. Die Angriffe und Belagerungen wurden geleitet von Hauptmann Bernhard Riedmiller aus Blundens. Diese Erhebung brach aber bereits im Juli desselben Jahres wieder zusammen. Ja und nach dem Zweiten Weltkrieg am 26. April 1945 wurde Konstanz fast kampflos von den Franzosen eingenommen. Es fielen lediglich einige MG-Schüsse auf letzte in die Internierung in die Schweiz flüchtende Reste der deutschen Garnition, die jedoch keinen Schaden anrichteten. In die Stadt flutenden SS-Formationen wurde über den Hafen mit Schiffen nach Bregenz verschifft. Die kampflose Besetzung geht auf Verhandlungen zurück, die in der Nacht zum 25. April 1945 auf Schweizer Hoheitsgebiete führt wurden. Das waren unsere Eindrücke, unsere Impressionen aus Konstanz. Wir hoffen, sie haben euch gefallen. Schreibt es mal unten in den Kommentaren. Ansonsten lasst natürlich ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, lasst ein Like da und wir sehen uns in unserer nächsten Stadt wieder, denn wir fahren nun weiter nach Ulm. Von daher leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an. Ciao und bis bald, dein Susch, Vincent.